ja leute willkommen zurück bei spyro year of the dragon beim letzten mal haben wir natürlich hier nicht aufgehört wir haben hier drei level absolviert ja den ein level muss ich jetzt noch zweimal machen schaut man viel eier der hatte auch der hier deswegen und ich glaube ich muss auch noch zurück hier mit dem level von dem wachmeister wird so hier kommen wir wieder ein leben so ich glaube den haben wir und den da drüben eisspitze und super zaubertür wird schon super tun oder ja der musste raus auf jeden fall kommt jetzt spukendes der spukende sümpfe spukende sache schon wenn du erklimmbare leitern oder wände siehst spring einfach darauf und du hältst dich mit deinen krallen fest ja jäger wolltest du mir das jetzt nur erklären oder was ich weiß schon wie das geht so dann leute wünsche ich euch noch viel spaß abonnieren und bitte like nicht vergessen und die glocke aktivieren und ich wünsche euch noch viel spaß nochmals beim zuschauen so da kommt jetzt keine sequenz ne oder boah ich dachte schon so da waren null von vier kerzen müssen wir anzünden wie kommt mir das bekannt vor aber was haben wir denn hier drüben ich glaube wir müssen den einen da helfen oder wie eine der oder die schauen wir mal gleich so nichts vergessen kein problem homa so einmal als von vier ja ich dachte schon ich bin runtergefallen also komplett will auch kein leben jetzt hier verlieren und ja ich weiß dass ich rüber schwingen muss fliegen so jetzt erstmal die sachen hier mit die elf steine komisches level ne ach so du bist ein gegner warum meine nase juckt oh da habe ich den edelschein vergessen so die machen nix ich dachte die geben wir jetzt was ne diese schild dieser schild da der piranha schild oder war ein hai wir gucken mal ich glaube da sind piranhas so da hoch muss ich noch ne ja ich muss da hoch klettern aber erstmal gehe ich mal hier rein oh nein wieder so ein schlüssel also so ein alter wartet mal sterben wir hier nicht doch ich bin glaube ich nicht da runtergefallen ne keine ahnung habe ich jetzt nicht gemerkt ja weil ich von diesen scheiß kiste geredet habe ne so erstmal hier hoch komm zweite ja da rüber kommst du nicht ne spyro oh da hinten haben wir noch ein ei ja warte mal warte wir können schwirbeln nein ja wieso wurden wir jetzt getroffen achso wir den piranha pflanzen piranha pflanzen sag ich wir den piranhas ja piranha pflanze von wo kommt das denn so da haben wir unser erstes ei michael so hier haben wir noch ein extra level wenn ich mich gut erinnere so ein pressen für sparks wollte ich sagen aber sparks ist noch mehr verletzt worden ne der arme sparks so so hier sparks wir gehen erstmal hier hoch jetzt haben wir alle ne drei von vier okay ich dachte wir haben alle habe ich jemand ich hoffe ich habe einen nicht vergessen ne hat der mich in der luft wieder getroffen ne oh nein ich glaube hier gibt es so eine komische mission ne nebenaufgabe oder so die habe ich immer gehasst und was will der abzocker jetzt wieder hier die tür ist versperrt kann nur geöffnet werden durch edelsteinkraft sicher behalten mund halt dem eine gute wahl ich habe mehr edelsteine und du mehr eier ich wünsche dir viel glück von den regeln des haiku bin ich jetzt befreit du scheiß abzocker der hat 500 von uns abgezogen ne ich glaube den einen habe ich vergessen die geben auch edelsteine ne wenn ja muss ich gleich nachschauen oh man ich hasse es wieder dann suchen 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 ich hasse es ich glaube hier ist das letzte ne oh nase so ich komme gleich zu dir erstmal halt dieses fackel anzünden so soll ich jetzt weiter gehen warte ich spreche den mal erstmal an hier shiny als ich so wie heißt der telon virus oder so ich habe das jetzt nicht schnell gelesen naja hauptsache haben wir das so das ist der rückweg ne oder ja das ist der rückweg oh nein hier sind auch nebenaufgaben umentschieden aber ich will mal erst drüben schauen ne ja da waren noch edelsteine Leute ich gehe mal erstmal rüber oh man ey wieder so ein langes level ne ab zweitem teil haben die immer so längere level gehabt also besser gesagt langes level ist das ja auch nicht ne nur das ding ist ja hier dass hier viele nebenaufgaben sind oh das sehe ich schon was ich habe da was gerade gesehen ich gehe auch gleich rüber ich schaue aber trotzdem noch nach ach ja und noch diesen schlüssel finden ne ich gehe erstmal hier hin von ja da ist das schlüssel aber wie komme ich jetzt da rüber so schlüssel haben wir ich hoffe wir kommen jetzt da rüber ne ja natürlich nicht ja Leute das merkt man auch das man es ist schwer da rüber zu kommen so ich muss ein neues versuchen einen neuen versuch dahin da muss ich noch die nebenaufgaben machen ich muss sowieso noch zurück ne mit dem schlüssel boah spyro so und diesen ei mischen mitnehmen so alter sechs eier sechs dracheneier und 500 edelsteine so geschafft so frank so wir gehen erstmal zurück ähm wo war denn das ich glaube hier ne jetzt bin ich komplett zurück ne nein da drüben ist das auch so so haben wir es so jetzt muss nur noch die nebenaufgaben machen ich beeile mich mal habe ich aber gerade gesehen nein 326 und wie viel eier waren da drei okay also bei einer aufgabe könnte dann zwei eier sein und bei einem nur ein also level manche so wir gehen erstmal zu schmierer welch süßer sumpfduft blüten wolken der bäume zeit für prügelei nichts verpassen hier oh naja das ist dieser scheiß level ne boah ich hasse diese aufgabe aber schwierigkeitsgrad ist füfft der eierkäfig muss weg nur sprengen reicht nicht känguru hilf uns ruhm uns bitte den weg frei hilft schiller uns auch ja ich liebe haikus jetzt ist bombenzeit ich komme kleine eier um euch zu befreien boah ich mag diese aufgabe nicht ich muss denen jetzt platz machen ne oh nein boah wo lang jetzt ja oh man ich hasse diese aufgabe ich weiß ich weiß ich weiß so lang geht je lang gehst du sowieso nicht aber den auf jeden fall ne so dann willst du noch den den nein nicht den oder oh wo lang jetzt nein boah du scheiß idiot ach da der weg ist so kacke ja Leute ich hasse diese aufgabe das ist die ekelhafte aufgabe von dem ganzen spielfass kann man so sagen so einmal zweimal da kommt gleich noch eine aufgabe ich weiß da muss man glaube ich alles kaputt machen ne so den kommst du ich glaube wir machen den schon mal auch kaputt hier boah war knapp das war knapp so welche jetzt ja genau ich weiß jetzt Bescheid ja Leute deswegen wird das ein langer Part hier ne mit dem und diese scheiß Pilze die kommen wieder die wachen wieder auf ne also die steigen wieder auf da muss ich noch gleich sammeln ach den hab ich ja gesehen dieses spiel ich muss das früher machen oh man alter ich weiß ich muss das früher machen ich muss das früher kaputt machen hier also kaputt machen sag ich runterstoßen nein mach doch alter schieler oh oh beeil dich Kumpel das war auch knapp ja das ist schwer ich muss ich muss das schon früher kaputt machen alles ich weiß Kumpel ich weiß wisst ihr was ich jetzt mache ja ich wollte erstmal die Sachen sammeln erstmal ich hasse diese Aufgabe wie viele mal habe ich jetzt gefehlt fünfmal ne ja ich muss erstmal klarkommen bleiben deswegen sag ich euch ja 100% stopp nicht werde ich nicht machen so mach schnell runter hoch so alter alter am ende haben wir verkackt ne lächerlich hier sind zwei Eier Leute erstmal sammeln Peggy noch ein Eikäfisch hilfst du nun meinem Bruder bei dem letzten Ei ja danach sammeln wir komm wenn du den Weg räubst spreng ich den Eierkäfisch arme Eierchen ja jetzt ist Bombenzeit ich komme kleine Eier um euch zu befreien oh man ich weiß nicht wegen dem Zweck Aufgabe ne so den willst du bestimmt nicht ähm nein er geht zurück oder ich weiß nicht wen der jetzt benutzt oh oh kommt der wohin geht der jawohl jetzt ist Beeilung nein nein mal dich oh der ist schon kaputt okay jetzt weiß ich wo der hin will ne ich weiß jetzt nicht weiter Leute ich hab Schisse oh das war knapp ach das letzte ist das okay ich weiß jetzt Bescheid okay ich weiß Bescheid so es sind nur drei Pilze also der erste ist der hier dann ist der zweite der hier der dritte war der hier ne beschafft oh man ey ja Leute es ist schwer kompliziert Michelle wurde befreit die Eier sind frei zwei Drachen sind geboren oh man Sheila die Eldin ja die Heldin ihr Vollidioten wegen euch alter zum Glück hab ich nicht bei dem lang gebraucht auch bei dem Arsch hier war das so so durcheinander so da hab ich was vergessen haben wir noch hier was wartet nein boah ich bin gespannt jetzt wegen der anderen Aufgabe ne wo wir jetzt gleich gehen werden bei dem diesen anderen extra hier haben wir nichts mehr ne nö so schau mal hier nach nö da schau trotzdem nach Leute weil ich mich nicht mehr daran erinnere hier ne deswegen hatte ich auch die Probleme so den hab ich vergessen scheiß Aufgabe alter der hat mich richtig getriggert richtig oh okay wie bekomme ich den jetzt Leute nein hä ey das ist mal richtig unfair jetzt hä oh nein wir können jetzt nicht alles mitnehmen ne 100% wird das doch nicht ich bekomme das nicht oder wir bekommen das dann mit Spyro wenn wir wieder zurück gehen können ich weiß ja nicht wie das jetzt ist mit dem Level ja kann sein dass das hier irgendwo ist das aus was verbirgt sich nun hier drin ich sage es dir das aus wird bewohnt von einem zauberkundler nun ist er erwacht wer das aus erhält den schwört er zu vernichten lieber dich als mich oh man nutze die Bomben des Zauberers um ihn zu besiegen weicht den Krokodil aus das ist ein kampf ne miniboss kampf so aber ich muss noch dahin zu diesem einen ort ne scheiße ey soll ich mal kurz noch mal gucken ja ich bekomme das nicht wow ich könnte sein dass das bei dem mit spyro dass wir das bekommen leute ja komm fischkeitspunkt haben wir noch erhalten so zum boss kampf können wir jetzt schon mal gehen dann hole ich mir den letzten edelstein oder was auch immer ja oh gott miniboss kampf so wir müssen die bomben benutzen ok so geht das halt nicht ah das ist mit zeit ne das ist mit zeit ok es gefällt mir lass mal ein thumbnail von dem machen oh god so so geht das einmal komm komm wir so so leicht ist der oder was der ist nicht schwer leute weh zu besiegen wichtig ist eigentlich die edelsteine ne ja ich hab den nicht getroffen ne ja ich hab grad gleich gesagt jetzt war das jetzt meine schuld so wirf ja immer wegen diese idioten ey warum sag ich auch leicht so der part geht länger dieser part leute was denn sonst der part geht länger leute oh god nicht getroffen doch bisschen komm wirf mal richtig man so noch einen treffer dann haben wir es so wirf jetzt richtig sein schlafanzug da so erledigt herbi herbi wurde gewettet so leute ich muss glaube ich noch einen kap machen weil ich muss noch die restlichen edelsteine finden da sind noch mehr hier auch nicht wenig das ding wo sind die eigentlich hier können wir noch nicht nach hause können wir ja ich versuche mal da hin zu kommen jetzt so kommen wieder zurück ich suche das mal eben dann sehen wir uns gleich wieder ja leute ich habe es gefunden es ist bei schilas level gewesen hier ist das ja hier sind auch geheim wege oh man ich verstehe nicht warum die sowas machen so das macht einer habe sogar extra nach geschaut habe ich aber nicht richtig geguckt so wir haben aber nicht alles nein fehlt noch ja ich muss weitersuchen so da waren wir schon ne ja dann hier lang wartet mal da war ja noch was ne am anfang vielleicht muss man hier was kaputt machen wenn man da reinkommen kann ja von der andere seite bestimmt ja leute geht der part halt länger ne ich kann ja nichts dafür wer hätte gedacht dass so ein scheiß links hier ist ich muss glaube ich aber wieder nachschauen ne oder wartet habe habe es gefunden oh man schäler aber uns sehen noch vier warte schaut mal was naja die geben nichts ne nein die geben nichts ich bin ich bin ich habe hier irgendwas vergessen noch irgendwo also bei dem level hab ich das hasse mag sowas nicht leute dass du unnormal versteckt ist hier oh habe es gefunden man muss richtig nachschauen ich habe das wieder vergessen schüler hier wir haben alles so weg hier ja ich kann mich schon mal verabschieden so leute das war's mit dem fahrt ich hoffe ihr hattet schon mal spaß leute obwohl ich suchen musste ich weiß so ich gucke jetzt auch noch jetzt gleich nach ob so eine sequenz kommt wenn nicht ja dann sehen wir uns bei meinem nächsten part dann wieder wenn es wieder heißt spyro hier auf den dragon abonnieren und liken bitte nicht und die glocke aktivieren ciao leute